Hi zusammen, hier ist der Mio und auf dieses Video heute freue ich mich ganz besonders, denn heute stelle ich euch das neue Xire Foto vor. Wer uns kennt, der weiß, wir mögen Xire Search, haben auch mal ein langes YouTube-Video dazu gemacht. Wer das nicht kennt, gerne das Video anschauen, aber Xire Search ist eine Software, die basierend auf künstlicher Intelligenz Fotos analysiert und dann verschlagwortet und mir dann hilft sozusagen unter Angabe eines Schlagwortes oder unter Angabe von Parametern wie ich suche ein Gesicht, das lächelt oder ich suche einen Strand oder ich suche ein Kleid mit roter Farbe. Ich kann danach suchen und Xire Search bietet mir in Nullkommanichts die Resultate. Sehr feine Sache, das heißt, ich muss nichts mehr organisieren, einfach die Bilder verschlagworten lassen, analysieren lassen und es ist da. Bisher war Xire Search als Lightroom-Plugin verfügbar. Haben wir auch genutzt, aber wie gesagt, es ist halt nur in Verbindung mit Lightroom nutzbar. Und wenn man sich jetzt die normale tägliche Praxis anschaut, dann ist es oft so, man ist bei einem Shooting, man ist unterwegs und das Einzige, was man hat, ist das hier. Die Speicherkarte. Gerade aus der Kamera rausnehmen, in den Rechner stecken und dann möchte der Kunde oder möchten die anderen Leute oder man selbst, man möchte gleich die Bilder sehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Shooting hat, wo dann hunderte oder vielleicht 500 Bilder entstehen, möchte man dann vielleicht nur die Personenaufnahmen haben, wo die Augen offen sind und man lächelt. Und wäre es nicht schön, wenn man dann dem Kunden, dem Interessenten oder sich selbst dann in Sekundenbruchteilen nur die relevanten Fotos zeigen kann und die dann sofort bearbeiten kann. Wäre nicht schlecht. Und die Tatsache, dass bisher Xire Search nur als Lightroom-Plugin verfügbar war, hat hier eine Limitation erzeugt. Die ist weg. Ab sofort gibt es jetzt das Xire Photo und Xire Photo ist ein Standalone-Programm, läuft eigenständig und ich kann hier direkt einfach die Speicherkarte nehmen, in den Rechner stecken oder mit einem Adapter in den Rechner stecken, analysieren lassen und sofort loslegen. Aber das ist nicht alles. Die Schlagworte haben sich verbessert, also die Intelligenz, die Mächtigkeit, der Umfang mit dem Xire Photo, die Bilder analysiert. Das ist mehr, das ist besser geworden. Natürlich mit künstlicher Intelligenz die Sachen lernen und werden mit der Zeit dann auch immer besser. Aber nicht nur das. Ich kann es ganz gezielt in meinem Fotobestand nicht nur nach Gesichtern suchen, die lächeln, sondern nach einer ganz bestimmten Person. Und da spielt es keine Rolle, ob die Person direkt in die Kamera guckt oder ein bisschen zeitlich. Die Person wird gefunden. Und das ist eines der besten neuen Features in diesem neuen Software-Paket. Aber bevor ich jetzt viel zu viel schon vorwegnehme, schauen wir uns das Ganze einfach mal konkret am Rechner an. Ich werde für die Demonstration das Dell XPS 13 2-in-1 Laptop benutzen, weil das auch zeigen wird, wie schnell diese Verschlagwortung und die Bildanalyse wirklich erfolgen kann. Viel Spaß! Da wären wir jetzt also bei dem neuen Xire Photo. Die Benutzeroberfläche im Vergleich zur Vorgängerversion sieht deutlich einfacher, moderner und aufgeräumter aus. Hier links oben, da spielt die Musik. Dort werden die Bilder verwaltet, die man jetzt hier reinlädt. Also die Bilder bleiben natürlich dort, wo sie gespeichert sind, aber die Information, die Verschlagwortung etc., all das wird hier gesammelt. Und auf dieser Basis kann ich dann nach meinen Bildern suchen. Das Einzige, was ich machen muss, ist hier bei den Ordnern die Speichermedien hinzuzufügen oder die Ordner, in denen die Bilder sind, die ich von Xire Photo analysieren lassen möchte. Klicken wir drauf und gehen auf Durchsuchen. Ich nehme jetzt den Ordner, wo die Bilder drin sind und sage Start. Und das, was wir jetzt hier sehen, lasse ich in Echtzeit ablaufen. 288 Fotos, die einmal registriert werden und danach komplett analysiert werden, inklusive der Verschlagwortung, die dann pro Bild auf der rechten Seite zu sehen sein wird. Und ihr werdet sehen, die Analyse dieser Bilder ist sehr umfassend. Also von Naturarchitektur, Personen, Merkmalen, Fotoinhalten wie Schärfe oder Bokeh, Unschärfe, Dunkel oder Hell. All das wird mit erfasst und darum muss man sich selbst nicht mehr kümmern. Das, was wir jetzt hier haben, ist ein typischer Fall. Ich bin beim Shooting, habe nur meine Speicherkarte und ich muss sofort Ergebnisse liefern. Und jetzt sind wir hier schon fertig. Und können loslegen. Ich sehe hier in der Vorschau alle Bilder und kann dann einfach eins auswählen. Zum Beispiel hier, da ist jetzt nicht wirklich viel zu sehen. Ich kann aber unter den Stichworten dann mir einblenden lassen, was Xsaya-Foto gefunden hat. In diesem Fall dunkel, das ist okay. Aber nehmen wir zum Beispiel das Bild mit dem Huhn. Es sind Personen auf dem Bild. Es ist eine Straße zu sehen. Ich bin in einer Stadt, offensichtlich. Man sieht einen Huhn. Das Huhn ist ein Vogel. Das Huhn ist ein Tier. Themenbezug Landwirtschaft, Farmtiere. Das ist schon mal nicht schlecht. Schauen wir uns das hier an. Ein Auto, Fahrzeug, relativ ungesättigte Aufnahme. Passt, aber gleichzeitig kontrastreich. Gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn da? Offensichtlich eine Person, ein Gesicht, Frontalansicht. Also super. Es wird auch erkannt, ob die Person in die Kamera schaut oder nicht. Offensichtlich eine erwachsene Person. Diese Person trägt einen Bart und eine Sonnenbrille. In dieser Granularität hat es das vorher echt nicht gegeben. Ich kann natürlich hier auch manuell Stichworte hinzufügen, aber ganz ehrlich, wozu? Und hier kann ich mir komplett anzeigen lassen, welche Stichworte die Software selbst in Summe vorsieht und die ganzen 288 Bilder, die ich habe analysieren lassen. Hier sehe ich die Gesamtstatistik. Ich habe drei Luftaufnahmen, sechs helle Bilder, 17 farbenfrohe etc. Oder ich sehe die Komplettstatistik basierend auf den Inhalten. Ich habe zwölf Fotos, wo Tiere vorkommen, 132 Architekturfotos, ein Foto, wo Lebensmittel vorkommen und so weiter. Und das kann ich natürlich weiter aufklappen und hier die Details sehen. Gebäude, 118, davon 49 Wolkenkratzer, 11 Türme. Klicken wir mal drauf, was Ixaya Foto als Turm erkannt hat. Zack, sofort bekomme ich das Ergebnis angezeigt. Nicht schlecht, oder? Sehenswürdigkeiten, machen wir das mal auf. Ixaya Foto hat tatsächlich auch die Petronas Towers erkannt, die wir in Malaysia fotografiert haben. Und das ist jetzt auch nicht so super einfach, weil die Perspektive ist ziemlich schräg und es ist gleichzeitig eine Nachtaufnahme. Sofort analysiert, sofort gefunden. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, okay, mich interessieren die ganzen Nachtaufnahmen, wenn wir schon mal bei den Nachtaufnahmen sind. Klicken wir auf Dunkel, voila, alles da. Chicago, New York, etc. Hier, Baden-Baden, alles sichtbar. Aber schauen wir uns mal an, wie wir Gesichter finden können. Tasten wir uns mal an das Thema ran. Ich gehe einfach hier oben drauf, finde Gesichter und kann dann sagen, okay, ein Gesicht, zwei Gesichter, mehrere, ist in dem Fall egal. Ich möchte Erwachsene haben, keine Kinder, nur Erwachsene und zwar weiblich und sie sollen bitteschön lächeln. Starten wir die Suche und jetzt werdet ihr euch fragen, warum in aller Welt hat Ixaya Foto dieses Bild ausgewählt? Schauen wir mal genau. Wenn wir jetzt hier reinschauen, dann fällt auf, wir haben hier Leuchtreklame. Und in dieser Leuchtreklame, da sehen wir zwei Frauen. Also so präzise ist die Analyse. Bei den anderen ist es offensichtlich und in der Tat alle lächeln. Manche zeigen Szene, andere nicht, aber beides wird als Lächeln erkannt. Und jetzt suchen wir nicht einfach nur Gesichter von beliebigen Personen. Nein, wir suchen eine bestimmte Person. Ich habe mich jetzt daran erinnert, gut, hier haben wir Pavel gesehen. Gehen wir mal drauf, wählen das aus und sagen jetzt hier, finde Personen. Ixaya Foto schaut dann in dem Foto nach. Ist da eine Person? Ja, nein. Und wenn mehrere sind, bekomme ich auch einen Rahmen. Und ich kann dann anhand des Rahmens sagen, okay, das hier, genau das Bild oder genau diese Person und keine andere, die möchte ich finden. Und ich kann bei dieser Suche auch gleichzeitig sagen, soll diese Person lächeln oder die Augen offen haben oder die Augen geschlossen haben. Augen geschlossen wäre der typische Fall, wenn ich meine Bilder analysiere. Überall dort, wo die Augen geschlossen sind, diese Bilder kann ich gleich löschen, weil das ist nicht das, was ich typischerweise brauche. Gut, sagen wir jetzt hier, ich suche Pavel und er soll lächeln. Starten wir die Suche. Bitte schön. Hier ist ein Kleinen zu sehen, aber er lächelt. Hier auch und es ist alles Pavel. Hier bin ich mit Pavel zu sehen. Das war an Weihnachten, aber der Treffer sitzt zu 100%. Und mit diesen Bildern kann ich natürlich auch noch Weitergehendes tun. Wenn wir jetzt hier zu den Ordnern hingehen, dann kann ich Sammlungen erstellen. Also zum Beispiel, wenn ich das verewigt haben möchte, die Zusammenstellung von Bildern, dann sage ich jetzt hier Pavel Smile, wähle all diese Bilder aus, ziehe sie in die Sammlung und dann ist das gleichzeitig abgespeichert. Ich kann die Ergebnisse zum Beispiel in einer Sammlung bzw. Gruppe speichern, aber die letzten Suchanfragen, Annexia-Foto, sehe ich auch gleichzeitig hier und kann die jeweils wieder aufrufen. Wenn ich ein einzelnes Bild habe, das mir besonders gut gefällt, gehen wir mal hier auf die Symbolleiste, kann ich entsprechende Metainformationen hinzufügen. Zum Beispiel 5 Sterne oder ich kann eine Flagge setzen oder einen Farbcode. Wenn ich jetzt hier auf das Bild draufgehe und auf den Stern klicke, gebe ich die Bewertung an. Zum Beispiel 5 Sterne, Farbe Grün und kann dann hier oben dementsprechend filtern. Wenn ich jetzt hier auf 5 Sterne gehe, wird mir auch nur dieses Bild aus der Trefferliste angezeigt. Und so einfach ist das Finden von Fotos. Kein Aufwand auf meiner Seite. Das, was man hier sieht, ist wirklich so detailliert, damit finde ich in Nullkommanichts das, was ich suche. Und wenn ich jetzt nicht anhand dieser Attribute suchen möchte, die Xia erkannt hat, sondern einfach Freitext eingeben möchte, auch das ist gar kein Problem. Ich setze gerade mal den Filter zurück, gehe auf Alle Fotos und gehe hier oben auf die Stichwort suche. Auch hier kann ich dann aus den vorgegebenen Kategorien auswählen. Ich kann aber auch hier oben sagen, wenn es mir nicht einfällt, zum Beispiel Polizeiauto. Füge das Stichwort hinzu und starte die Suche. Und siehe da, tatsächlich, ich habe mehrere Aufnahmen von einem Polizeiauto in New York gemacht. Aber nicht nur das. Hier einmal haben wir die Totale, das komplette Auto. Aber selbst hier mit einer ziemlich abgefahrenen Perspektive habe ich nur die Motorhaube fotografiert. Und da steht New York Police Department drauf. Und selbst das hat Xiafoto erkannt. Also ihr seht, ihr könnt die Bilder in Nullkommanichts finden. Ihr könnt sie aber auch mit weiteren Informationen versehen und eure Favoriten mit vielen verschiedenen Kriterien abspeichern und verwalten. Hat es euch gefallen? Also mir auf jeden Fall. Es macht echt Spaß, seine Bilder zu durchsuchen. Und wie gesagt, wenn man unter dem Zeitdruck steht oder jemandem schnell was zeigen muss, nur die relevanten Bilder zeigen muss, ideale Lösung in meinen Augen. Und wenn man alte Datenbestände hat, alte Fotos, muss man sie jetzt nicht in einen neuen Katalog importieren, etc. Einfach anschließen und sich überraschen lassen, was man alles in der Vergangenheit für Fotos gemacht hat. Finde ich eine super Sache. Alle Informationen zu Xiafoto sind unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mehr zum Thema Fotografieren und Filmen lernen wollt, schaut eins unserer anderen YouTube-Videos an. Wir haben mehr als genug und es kommen jede Woche welche dazu. Aber ansonsten, wer mehr möchte, natürlich, ein Blick in unseren Shop lohnt sich. Hier gibt es auch für alle Leistungsstufen und alle Vorlieben immer mal wieder was Neues. Und wer uns live sehen möchte, gerne auch in einem Workshop, entweder online oder face-to-face, draußen, in der Natur oder in den Städten. Aber egal, was ihr macht, Hauptsache ihr habt Spaß. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, trinkt darüber nach und macht's gut. Ciao.